So Jungs, das ist geil, ein Video für Rüttelhütte, eine Frage beantworte, wie ist denn die Frage? Weshalb sollte gerade Hulk City den Rüttelhütte In-Air-Contest gewinnen? Was ist denn für eine Verschissene-Biss-Frage? Ja, gewinnen, gewinnen, ja wer soll denn gewinnen? Hä, der Papst, Metallica, du, oder was? Ja, gewinnen und verlieren, es geht um die Kunst, um die Kunst, doch Simon, um die Kunst, wir sind Künstler, die Kunst wird immer gewinnen, die Kunst gewinnt immer. Ach, du Scheiße, verdammte Drecksfrage, auf so einen Scheiß hab ich keinen Bock, tschau. Ist doch immer das gleiche mit dem Klaus. Nichts? Sowas.